Willkommen ihr Lieben zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir dem Thorsten, ja dem billigen Thorsten kann ich euch sagen. Ich bin heute mal so eine ganz ganz billige Person, denn ich habe mit einem Account die Clanspiele verpasst. Ich habe mit einem Account die Clanspiele verpasst und vor allen Dingen ist es der Account, der eigentlich nach mir auch benannt ist. Also das ist nicht der echte Toto, aber es ist halt ein Toto. Und er hat die Clanspiele absolut verpennt, ihr seht das hier, bei mir ist alles picke, packe, voll. Ich habe den Account hier schon seit Tagen nicht mehr gespielt und habe den Clan hier eigentlich auch ziemlich stark im Stich gelassen. Also dem Clan Deutschland Edge, trotzdem spielen wir hier die Liga, denn der Clan wird sicherlich voll hier zur Liga. Mit Rathaus 10, 11, 12, 13, müssen wir mal gucken. Aber dennoch bin ich so ein bisschen selber enttäuscht von mir. Und was ich heute eigentlich mache, das dürft ihr nicht nachmachen. Das dürft ihr nicht nachmachen, denn auch wenn ich mit dem hier nicht ein einziges Clanspiel gemacht habe. Ich habe wirklich kein einziges Clanspiel mit diesem Account gemacht, obwohl hier eine Null steht. Ich habe aber nichts angenommen, weil ich wahrscheinlich nur in dem Clan bin. Nur der Adriano hat hier überhaupt etwas getan. Und ihr seht das hier, die Leute haben jetzt auch schon den Clan so ziemlich alle wieder verlassen oder ziemlich viele wieder verlassen. Denn der Clan war sogar ganz, ganz offen. Also man hätte hier einfach so rein springen können. Ich habe ihn ja aufgemacht vor ein paar Tagen. Und hier steht halt Anyone can join. Aber es joinet hier im Moment keiner. Ich weiß nicht, ist das so eine Flaute bei Clash of Clans oder ist das nur eine Flaute bei mir im Kanal? Keine Ahnung. Ich habe die Leute aber vorher gebeten, beziehungsweise ich habe noch eine Mail losgetreten. Wenn wir morgen keine 15 Leute haben, geht besser woanders spielen. Das hatte ich noch vor den Clanspielen rausgeballert, vor 5 Tagen, 22 Stunden. Na egal. Na egal ist es eigentlich nicht. Egal ist es nicht. Egal ist irgendwas anderes. Aber nicht das, was ich jetzt gerade mache. Denn ich möchte ganz gerne trotzdem mit dem Toto hier Bock-Clanspielpunkte machen. Deswegen gehe ich hier jetzt einfach aus dem Clan raus. Ja, ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Ich gehe aus dem Clan einfach raus. So, ich lief mal den Clan. Also ich lösche jetzt nicht meinen Account. Mit dem Account löschen, was im Titel steht, das hat etwas anderes damit zu tun. Und ich versuche jetzt mal in den Clan Herausforderer reinzukommen. Bookmarks, Herausforderer. Da kann ich sogar anfragen. Und dann werde ich da sicherlich auch angenommen vom Lieven Avatar. Okay. Ich werde erstmal angenommen. Und ja, jetzt bin ich schon mal hier. Dann kann ich auch ein Spiel, denke ich mal, mitmachen. Denn hätte ich schon ein Spiel angenommen im anderen Clan, dann hätte es geheißen, nee, nee, du musst da deine Clanspiele machen. Okay, es gibt natürlich Clanspiele, die kann ich jetzt nicht mehr machen. Das ist zum Beispiel hier, mache drei Sterne in Clan Wars in 16 Stunden. Das wird nicht mehr funktionieren. Ich brauche irgendwas ganz Billiges. Ich brauche irgendwas ganz Billiges. Drei Sterne mit Lava-Hunden. Das ist schon er drin hier. Die habe ich nämlich hier equipped. Oh, hier habe ich noch ein bisschen Spendertruppen am Start. Dann würde ich sagen, wir nehmen die hier mal raus. Spells sind ganz gut. Und hier haben wir das. Und ich habe hier auch, auch hier habe ich einen komischen Zauber drin. Aber wir lassen den Eil mal drin. Ist egal. Wir lassen den Eil einfach mal drin. Ich habe sechs Loons dabei. Die nehme ich gleich nochmal mit. Also wir machen erstmal kurz einen Farmangriff. Und dann, glaube ich, nehmen wir die drei Sterne hier mit. Für billige 150 Punkte. Also wirklich, Leute, das dürft ihr nicht nachmachen, was ich jetzt gerade mache. Das ist die billigste Art, sich Clanspielpunkte zu erspiegeln. Und das ist eigentlich auch nicht meine Art. Ihr kennt mich eigentlich. Dass ich das in der Form und in der Art und Weise eigentlich wirklich nicht mache. Aber ich habe es halt so ein bisschen versäumt wegen den komischen Sachen, die wir im Moment so um uns haben. Und dem schönen Wetter. Und es gibt ja auch was anderes zu tun, nämlich Arbeit zum Beispiel. Oder was macht man denn heute eigentlich? Man googelt ja heute gar nicht mehr nach gewissen Sachen, sondern heutzutage googelt man ja nach Masken. Das ist auch sehr witzig geworden. Man googelt nach, wo gibt es die besten Masken. Oder wo gibt es hier die beste Clanburg, die ich jetzt gerade mal wieder am Start habe. Ich habe gar keinen, ich habe gar keinen, ja, ich hätte mal einen Sprung mitnehmen sollen. Ärgerlich. Ich hätte mal einen Sprung mitnehmen sollen. Aber ich denke mal, meine Riesen prügeln sich hier noch irgendwo durch. Ah, da sind sie durch. Okay. Meine Riesen prügeln sich noch ganz gut durch hier. Und ich habe noch so ein paar Hox dabei. Da kommen noch ein paar Loons. Perfekt. Das ist gut so. Und ich zünde mal fix meinen King, dass meine Queen jetzt da auch ein bisschen was machen kann. Dann nehme ich jetzt hier die Hockrader mit rein. Da ist eine Riesenbombe perfekt für mich. Die passt mir richtig gut, die Riesenbombe gerade. So. Wir brauchen ja nur einen Stern hier. Ah, ich habe diesen Akkord echt. Ich habe ihn so ein bisschen in Vergessenheit geraten gelassen. Na ja. Was willst du machen? Was willst du machen? So ist das Leben. Da ist aber das Leben schon mal ganz gut. Und. Oh nein. Jetzt gehen die nach da hin. Und nicht in meinen Heilsauber. Alles klar. Auch das noch. Auch das noch. Richtig schön verzweckt hier. Aber wir kriegen das Dunkle. Das brauchen wir hier mit dem Account. Und dann will ich den mal so ein bisschen weiterspiegeln. Ich zünde jetzt auch mal und nehme jetzt gleich so eine Pulle. Ich muss hier mal so einen Trank nehmen, denke ich mal. Dass wir hier ein bisschen vorankommen. Beziehungsweise das zweite Spiel auch machen können. Also wie gesagt, mach das nicht nach, was ich gerade mache. Das ist richtig lame. Und. Es tut mir auch so ein bisschen in der Seele weh, dass ich den hier so habe sterben lassen. Aber es gibt noch einen anderen Account der Zwei Socken. Ist nämlich auch so einer, der hat auch noch kein kleines Spiel gemacht. Auch mit dem muss ich das noch nachholen. Aber dennoch haben wir hier. Oh, fast das ganz. Fast das ganz Dunkle geholt. Okay. Naja. Naja, löschen muss ich mich nicht. Aber das Account löschen ist eine andere Thematik, die ich heute nochmal ansprechen wollte. Denn, okay, 63, das reicht mir aber. Denn es gab hier mal wieder jemanden. So, jetzt muss ich mal eben anfordern. Einmal Lohnsgift hoch. Und, denn es war sowas, oder hier war jemand drin. Ihr kennt das bestimmt. Also, ich kann euch nur sagen, shared eure Accounts nicht. Es kommt immer wieder vor, dass irgendwelche Freunde Accounts scheren. Gib mal dein Account, ich möchte mal ein bisschen spielen. Und dann sind das vielleicht die, es sind vielleicht die besten Freunde. Aber irgendwann sind die besten Freunde auch die besten Feinde. Keine Ahnung. Wir hatten hier zwei reingelassen. Der Exotik ist eigentlich bei mir in den Livestreams mit drin. Da war ich mir sicher, dass der hier irgendwas macht. Aber der ist schon wieder in irgendeinem anderen deutschen Clan. Dankeschön. Aber er ist nicht im CK dabei. Aber viel wichtiger ist Christina hier. Denn deren Profil, ihr seht das, hat sich hier verändert. Deren Profil hat sich verändert. Und deswegen glaube ich, oder glauben wir, dass dieser Account hier leider geshared wurde zwischen mehreren Menschen. Oder er wurde gescammt. Wenn ja jemand keine Zwei-Faktor-Authentifikation hat, zum Beispiel auf einem Google-Device, dass er nochmal gefragt wird, bist du es wirklich, der gerade dein Kennwort ändern will, dann sende mir eine SMS. Und die kommt ja nur auf mein Telefon an, auf meiner hinterlegten Nummer. Dann hast du natürlich ein Problem. Und Christina ist hier umbenannt worden, in sls.d.d.s. Und wenn man sich diesen Clan mal anschaut, dann sind hier einige drin. Ich meine, der Clan hat schon einen coolen Namen. Den will ich gar nicht aussprechen. Aber hier gibt es einige, die haben so einen Namen. sls.dds. Da ist noch ein neuer sls.dds. Ah, nee, das ist die Christina. Entweder war Christina selber ein Scammer. Oder sie wurde übernommen. Aber da unten gibt es nochmal einen sls.dds. Also ganz, ganz komisch mal wieder. Und wir hatten heute auch beim Spätzle mit Soos Clan die Sorge, dass jemand von uns übernommen wurde. Aber das war nicht so. Aber dennoch kann ich euch nur dazu raten, Leute, schützt eure Accounts, gebt sie nicht weiter, shared eure Accounts nicht. Und wenn ihr der Meinung seid, okay, ich habe früher mal meinen Account geshared, das darf jetzt nicht mehr vorkommen, dann nehmt die Zwei-Faktor-Authentifikation vor allen Dingen bei Google wahr. Denn sonst kommst du an diesen Account nie wieder dran. Also der wurde jetzt umbenannt, hat schon Angriff gemacht. Und vielleicht will die echte Christina, das wissen wir ja nicht, hier irgendwas dagegen tun. Beziehungsweise möchte den Account ganz gerne wiederbekommen. Ich wollte ja eine Pulle nehmen. Möchte den Account ganz, ganz, ganz gerne wiederbekommen. Und bekommt ihn jetzt nicht wieder, weil derjenige das Kennwort schon geändert hat. Und sie hatte auch keine, ich nenne es mal so, keine ID bei Clash of Clans. Das ist noch viel schlimmer. Aber im ersten Step muss es diese Zwei-Faktor-Authentifikation sein, wo man nochmal auf einem ganz anderen Device, ob das ein Handy ist oder eine Uhr ist, scheißegal, nochmal per E-Mail einen Code bekommt, sobald man ein Kennwort ändern will. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Bei mir beim Thorsten ist es so, dass ich einen Account habe, der heißt XXXY. Okay, oh, der Gegner hat schon mal angegriffen hier. Und Avatar ist schon angegriffen worden. Okay, 60% schief barfuß auch schon mal. Okay, das kann ich euch zeigen. Die Bs kann ich euch liegen. Oh Gott, was hat eine Gegner hier gemacht? Naja, aber ich war ja beim Thorsten stehen geblieben und ich habe eine E-Mail-Adresse. Und wenn ich mich auf einem neuen Device einlogge, also sagen wir mal, ich setze den Rechner neu auf oder ein Handy, melde mich da das erste Mal bei Google an, dann sagt Google, hey, wer bist du? Gib mal dein Kennwort. Der Angreifer hat ja jetzt mein Kennwort. Ja, er gibt mein Kennwort ein, weil er will das Kennwort ja ändern. Und dann sagt aber Google, oh, okay, du bist es, Thorsten. Ich habe dir mal gerade eine SMS auf deinem Handy geschickt, also auf deine mobile Nummer. Die musst du hier erst eingeben, damit du wirklich hier was ändern kannst. Das kann der Angreifer in der Regel nicht. Es sei denn, er verfügt auch noch über mein Handy und meine SIM-Karte mit meiner Telefonnummer und dementsprechend kommt er etwas erspärt an meinen Account ran. Ich habe alle Accounts so abgesichert hier bei mir, beziehungsweise nicht ganz alle. Ich habe tatsächlich welche, die sind nicht so abgesichert, aber da bekomme ich sofort mit, wenn jemand den Account will, denn hinter meinen anderen Accounts, ihr habt ja gesehen, gestern in den News, Supercell rät ja zu Mini-Accounts, dort habe ich hinterlegt, dass mein Account der Account ist, der alle anderen Accounts wiederherstellen kann. Das heißt also, ich habe einen Account, einen ganz, ganz anderen Account, der kann dafür sorgen, dass ich einen Account wiederherstellen kann. Nur ich, weil ich bin da hinterlegt. Leute, über solche Sicherheitsgedanken oder Sicherheitslücken müsst ihr euch wirklich ein bisschen Gedanken machen. Der Gegner hat sich hier keine Gedanken gemacht, er hat mal so richtig verschissen auf den Barfuß hier. und ich will aber jetzt auf jeden Fall dieses Clanspiel hier, das Clanspiel eben noch machen und mache einen kurzen Cutsuchen, mal fixen Gegner. Also es ist wirklich ganz, ganz traurig, dass ich die Clanspiele hier nicht gemacht habe mit dem Account in dem anderen Clan. Ich gelobe wirklich Besserung. Ich schwöre, das wird in jedem Fall was. Kurzer Cut, ich habe immerhin schon mal eine Liga. Dann sieht das auch ein bisschen besser aus beim Toto und dann sehen wir uns beim nächsten Gegner wieder. Jo, es wird noch billiger bei mir. Also es geht, es geht sogar noch billiger. Ich nehme die Base hier mit, die ist nämlich abgefahren beziehungsweise die X-Bögen sind nicht geladen. Der wird keine Clanburg haben. Dann kann ich hier eigentlich ganz, ganz gemütlich mit meinem Queen Charge oder Queen Walk, je nachdem wie man es nennen will, in so eine Base reingehen. Hier können wir irgendwo den Magier setzen. Wo können wir den setzen? Der kriegt ja nicht mal da Beschuss. Und können dann ganz locker mal mit unserer Queen hier so mit drei Mauerbrechern schon mal reingehen. Queen, rein da. Du musst nur das Lager wegmachen und da reingehen. Perfekt. Okay, da geht die Queen schon mal rein. 21er Queen, die ist schon ein bisschen stärker. Keine Frage. Mal sehen, wo die Mauerbrecher da jetzt hinlaufen. Da machen sie mir das da noch mal auf. Okay, ist nicht ganz optimal gelaufen, würde ich sagen. Nicht ganz optimal, denn ich muss ja irgendwie so eine Luftabwehr mal ganz nett bekommen. Dann machen wir das mal so. Dann geht der King da mal so ein bisschen außen rum. Er hat da auch so eine komische Mauer da stehen. Okay, ich zünde mal den King. Vielleicht geht er noch mal zurück. Oh, macht er sogar. Okay, der geht da noch mal zurück. Und meine andere Queen, äh, nicht meine andere Queen, meinen anderen Helden muss ich jetzt mal eben pimpen. Ich habe ja jetzt erst noch, obwohl ich habe jetzt doch schon eine Luftabwehr, glaube ich, gepackt. Dann können wir, glaube ich, warte mal, Feger da, Feger da, Feger dort, Feger dort. Wir gehen mal von hier rein, würde ich sagen. Wir gehen mal von da rein. Auf die erste Luftabwehr und nehmen hier ein bisschen Wut rein. Hier die zweite Truppe rein, äh, beziehungsweise ein bisschen Eil. Ich weiß, das geht jetzt gegen den Feger hier. Das ist aber nicht so schlimm. Die treffen sich hier jetzt. Die nehme ich einmal in Wut. Und dann geht es da weiter, geht da weiter, weiter Richtung Feger. Okay, da kann ich hier noch mal zwei Sätzen. Außen nicht mein Cleanup vergessen. Da oben auch eine Hütte. Sehr schön. Da auch nicht. Da auch nicht. Und meine Queen kann ich noch zünden. Das machen alles gerade mal eben so meine Ballons. Also es ist ganz, ganz easy, ähm, das zu machen hier mit meinen Rathaus neun Dörfern, bin ich eigentlich auch so gut dabei, dass ich recht viel mit dieser Kombi nach wie vor Dreier. Und damit sind das für mich übrigens nicht 150 Punkte, sondern 100 Punkte, die ich hier jetzt in den Clanspielen mache. Ich weiß, das ist ganz billig. Ich kann es gar nicht oft genug wiederholen, wie ich mich jetzt hier auch fühle. Ich fühle mich ganz, ganz schlecht. Und ganz, ganz schlecht gegenüber den Clan Deutschland Ad. Und auch ganz, ganz schlecht gegenüber den Leuten, die jetzt hier sind. Die wissen genau, dass ich jetzt so, so ablitsche hier so, so ganz, 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 ganz dreckig hier diese Clanspiele mache. Aber damit wir wenigstens ein bisschen was gemacht haben, in diesem Account hier machen wir ein paar Mauern. Wo, wo ging es denn eigentlich weiter hier? Ich weiß gar nicht. Auch da habe ich ein bisschen den Faden verloren, glaube ich. Ah ja, es ging, es ging hier so ein bisschen weiter. Ich mache ja immer eine Mauer pro, weil die, die kosten ja echt nichts mehr. Und die hast du so schnell jetzt fertig im Rathaus neun Bereich. dass du deine Helden nicht mehr hinterher bekommst. Ihr seht das auch hier, 41.000. Ich kriege meine Helden nicht mehr hinterher. So schnell, wie das Dorf hier fertig ist. Aber das war ja vorher auch schon nicht anders. Nur hast du dein Dorf nicht ganz so fix fertig bekommen. Erst recht nicht, wenn du so viel Mauer machen musstest, wie ich hier noch. Aber ihr seht, wie viel das hier werden. Und wie wenig da gleich, gleich noch über sind. Denn ich muss nichts mehr forschen hier. Obwohl hier steht noch forschen. Ich weiß, hier steht noch forschen. Das ist aber eine dunkle Truppe. Beziehungsweise, das sind zwei Sachen. Die muss ich doch noch machen. Okay. Aber hier steht ja eine Jambox. Habe ich ganz übersehen. Die nehmen wir kurz mal mit. Und das ist der Hammer, wie viel du hier packst mit den Mauern. Das ist mir, manchmal wird es mir gar nicht, gar nicht so bewusst. Aber bei diesem Account hier wird mir das so extremst bewusst, wie viel wie hier an Mauern schaffen. Guckt euch das mal an. Wir sind gleich durch. Wir sind gleich durch mit dem Mauern. Oder was? Lass mal gerade gucken. Wie viel haben wir noch? Zehn Stück noch noch? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nur noch zehn Stück. Alter Falter, jetzt haben wir richtig was reingeballert. Ich weiß gar nicht, wo die jetzt sind. Hier sind auf jeden Fall noch so ein paar. Dann nehmen wir hier eben mal die Ecken mit. Und können wir noch, schaffen wir noch eine? Ah nee, wir schaffen keine mehr doppelt. Okay, die lasse ich dann mal so offen. Oder aber wir haben hier noch was drin. Oh doch, wir haben hier noch. Ach Gottchen, wir haben hier noch reichlich drin. Alter Falter. Schaffen wir die Mauern? Ich denke mal, die Mauern packen wir nicht ganz, was? 250,000, 750,000. Dann sind die Max immer. 250,000, 57,000. So, wo sind diese fünf Mauern hier? Oh, hier unten auf Ecke. Okay. 750,000 dort. Und wo haben wir noch eine? Lass gucken. Vier Stück. Ich sehe die gar nicht. Egal, wir machen die. So, äh, boah. Leute, drei Mauern noch. Nee, ne? Das kann es jetzt nicht sein. Ich habe Mauerringe hier. Oh mein Gott, Leute. Jetzt wird es ganz, ganz billig. Jetzt wird es ganz, ganz billig. Jetzt wird es ganz billig hier beim Thorsten. Okay, Mauern fertig. Jetzt wird es ganz billig hier beim Toto. Ich habe die Mauern durch. Alter Falter. Ihr habt gesehen, wie viel das gerade war. Aber ich habe immer noch Mauerringe, glaube ich, über. Ähm, ah nee, ich habe kein Mauerring mehr über. Okay. Die verbrauche ich eigentlich nur im Nachtdorf. Aber jetzt bin ich hier mit dem Toto auch durch. Jetzt kann ich mich auf die Hilden konzentrieren. Ich hoffe, das war jetzt nicht ganz so schlimm für euch heute. Was ich hier heute so abgeliefert habe, war ganz, ganz billig. Also bitte nicht nachmachen. Und dann sehen wir uns in weiteren Folgen in dieser Woche und auch in Livestreams. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Bleibt gesund. Euer Toto. Clashed. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.